Das Allerwichtigste jetzt. Nicht alleine das, was wir vorhaben, das, was wir anstreben. Unsere Ziele, das nächste Jahr oder die nächsten fünf Jahre oder unsere Vergangenheit. Das ist alles wichtig, aber relativ wichtig. Das Wichtigste jetzt ist, wie nimmst du momentan deine Umgebung wahr? Die Menschen, die Medien oder alternative Medien, wie nimmst du das wahr? Ist das eher mit Optimismus gefüttert, mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Möglichkeiten, mit Aufbruch, mit hey, das wird genial oder genau das Gegenteil? Negativität, Wut, Zorn, Hass, Ärger. Die Medien treiben mehrere Kühe gleichzeitig durch das Dorf. Die Menschen stürzen sich drauf, ärgern sich, sind wütend, verlieren sehr viel Energie durch diese Schocknachrichten. Wie sieht aktuell dein Umfeld aus? Die Menschen, die dich umgeben? Freunde, Bekannte, Kunden, Projekte? Eher positiv oder eher destruktiv? Schau mal da ganz genau hin. Unser Umfeld formt uns und wir formen gleichzeitig das Umfeld von anderen Menschen. Sind wir gut drauf, nähren wir andere Menschen, um ebenfalls gut drauf zu sein. Schau ganz genau auf dein Umfeld. Wenn du Menschen um dich hast und du kannst wählen, wähle Menschen, die dich aufbauen und dich stärken, die dich nähren, die dich füttern, die dich weiterbringen, wo du inspiriert bist, wo du motiviert bist, wo du Möglichkeiten entdeckst, wo du anfängst, groß zu denken. Umgib dich genau mit diesen Menschen. Das können wenige sein, aber es müssen die richtigen sein. Auf diesem Kanal bist du übrigens genau richtig. Hier geht es genau um das. Eine gute Wahl, wenn du diesen Kanal abonnierst. Achte auf dein Umfeld, dass es dich nährt und stärkt. Und wenn dich dein Umfeld nährt, dann bist du wohl auch so einer, der andere nährt und stärkt. Denn es braucht immer einen Ausgleich. Nicht nur abholen, sondern auch geben. Freude, Leichtigkeit, Optimismus, Möglichkeiten, Chancen, Visionen, Perspektiven und so weiter.